So, ich sprach gerade immer wieder von Terms, also wie man eine Nebenwirkung, eine unerwünschte Wirkung wirklich namentlich genau festhält. Das ist gar nicht so banal. Und deswegen gibt es da ganz klare Vorgaben. Und zwar die CTC-AE, die schreibt ganz genau vor, welche Terms es gibt. Sie sehen, es geht von mild, ohne eklige Intervention als Grad 1 über Grad 2, wo womöglich eine Intervention schon nötig ist. Und darunter kommt dann Grad 3, was schon wäre, ist Grad 4, was lebensbedrohlich ist und Grad 5, was tödlich ist. In der allgemeinen Auffassung wird man sagen, Grad 1 und 2 mehr oder weniger harmlos. Das hören Sie super häufig, dass irgendwas nach der Art formuliert wird, ja, 80% der Patienten hatten AEs, aber davon waren alle Grad 1 und 2. Dann wird man sagen, okay, ist gut verträglich. Es kann aber andersrum auch genauso sein, dass man die Grad 3 oder schlimmer Toxizitäten zusammenfasst. Das wird aber meistens negativ auch formuliert, also dass man sagt, es waren 70% Nebenwirkungen, aber keine Grad 3 oder schlimmer Toxizitäten. Also da ist die Grenze so zwischen Grad 2 und 3. Das ist die AE-Auflistung für eine Patientin. Und vom Ablauf her sehen Sie, das ist immer das gleiche pro Zeile. Es wird erst der AE-Term genannt, es wird dann die Graduierung vorgenommen, dann die Einschätzung, ist es vielleicht eine Adverse Reaction, also ist es vielleicht Medikamenten assoziiert mit der Prüfsubstanz. Ganz wichtig, Sie müssen ein Startdatum davon haben und Sie müssen ein Stoppdatum haben und Sie müssen das sogenannte Outcome beurteilen. Also wie endete die Geschichte? War das von einem Moment bis zum Lebensende permanent da oder hat man was dagegen gemacht und ist es besser geworden? Ist es vielleicht von allein besser geworden? Das sind so die Punkte, die man beim Outcome beobachten muss. Hier sind Fehler im Dokument. Das erste, was Sie hier sehen, hier steht Not Related. Exakt der gleiche Term wird aber eine Zeile später als Related angegeben, zweimal. Also Grad 1 einmal Grad 3 und Grad 2 soll Non Related sein. Sowas muss man definitiv klären. Hier werden Sie wahrscheinlich erstmal nichts Verbotenes oder Schlimmes dran sehen, aber wenn ich das hier unten auch noch zeige, könnte vielleicht der Gröschen fallen. Sie sehen in der oberen Zeile, da geht was vom 30. Januar bis zum 21. Februar und Sie sehen in der Zeile darunter, da geht etwas vom 21. Februar bis zum 14. April. Das geht leider nicht, weil an diesem Tag haben Sie für den 21. Februar zwei verschiedene Graduierungen ein und derselben AEs angegeben und das kann nicht sein. Zumindest nicht sein, wenn wir tageweise die AEs nachverfolgen. Wenn wir die stundenweise nachverfolgen, klar, gar kein Thema, aber praktischerweise machen wir das in Tagen. Das heißt, hier auch nochmal optisch hervorgehoben, das muss geklärt werden. Ich habe Ihnen drei Beispiele mitgebracht, wo wir uns das alles mal genauer angucken. In der ersten links oben dargestellten Studie handelt es sich um eine Phase 3, randomisiert. Zwei verschiedene Arme werden miteinander verglichen, links oben und rechts oben und dann hat man die Nebenwirkungen aufgelistet. Das erste, was Sie hier vielleicht sehen, sind, dass All Events zugunsten der ersten Kombination, die die ersten zwei Spalten ausfüllt, im Verhältnis zur zweiten Medikation, die die letzten beiden Spalten ausfüllt, zeigt. Nämlich links 76,7% und rechts 81,9% der Patienten. Und so wurde das auch aufgefasst. Also da habe ich so viele Kollegen gehört, die danach sagten, oh ja, ist ja gut verträglich. Gucken Sie mal bitte ein bisschen weiter unten nach. Da haben wir nämlich die Adverse Events, das heißt lebensbedrohlich oder Krankenhaus oder Todesfall. Und wir haben die Discontinuation Rate, die sehr hoch ist. Wenn Sie sich das angucken, würde ich nicht mehr sagen, die erste Therapie ist besser verträglich als die zweite. Ganz im Gegenteil, ich würde behaupten, dass diese Therapie deutlich toxischer ist als diese Therapie, zumindest wenn wir nach Seriousness gehen. Eine kleine Spitzfindigkeit noch zu dem Thema. Hier sehen Sie dargestellte Nebenwirkungen einer Therapie. Hier kann man aber zu sagen, das sind Blutbildveränderungen, die halten nicht so wahnsinnig lange. Das heißt, ganz wichtig ist es auch bei der Einschätzung der AES zu wissen, ist es etwas, was mich tagtäglich beschäftigt, dann kann das richtig nervig sein, auch wenn es vielleicht kein Grad 3 oder 4 ist, oder ist es etwas, was Passagär ist, was womöglich wieder zurückgeht und man sich wieder normal erholt von der Sache. Ein Beispiel für den ersten Fall wäre Juckreiz, Grad 2. Muss man in anderen Augen sehen als zum Beispiel eine Grad 3, 4 Toxizität. Also nicht der schwere Grad ist oft maßgeblich, sondern die Länge der Exposition, der Einnahme. Übrigens auch die Summe. Sie können ja 3 AES, Grad 2 haben und sind dann ja formal womöglich ein bisschen besser dargestellt als jemand, der für einen Tag einen Anämiewert unter 7 hatte, davon nichts gemerkt hatte und in der Nachkontrolle 0 Probleme zeigte. Also das ist so ein bisschen der Spannungsbogen, der sich dazwischen zieht. Auch hier wird die Studie als gut durchführbar, als gut verträglich beschrieben. Ich zeige Ihnen hier oben, dass alle Patienten in irgendeiner Form ein AE hatten. Sie sehen auch, dass es hier gar nicht so knapp Todesfälle gab. Und Sie sehen auch, dass der Prozentsatz der Grad 3, 4 Toxizitäten relativ hoch ist. Hier auch nochmal größer Grad 3 beschrieben, jeder zweite Patient. Last but not least, wieder eine Studie, die zwei Arme miteinander vergleicht. In der Mitte ist der Cut-Off und Sie sehen hier, wie ich finde, recht deutlich, dass die erste Therapieoption deutlich toxischer ist als die zweite Therapieoption. So, zurück zum Anfang des Videos. Wir sind in Johannesburg in Südafrika im Sommer 2006. Gutes Pflaster für klinische Studien, wegen des TGN-Skandals, aber auch, weil eine sehr, sehr, sehr umstrittene Studie, ich gebe Ihnen da zwei Stichworte, Impfe, Autismus, dass diese Studie auch gerade zu der Zeit heftig diskutiert wurde. Die Studie wurde 1998 gestartet und im Jahr 2010 letztlich eingestampft. Südafrika also. Und in Südafrika wohnte zu dem Zeitpunkt ein Bekannter von mir, also einen, den ich später kennengelernt hatte, der mir, wie gesagt, genau das Gleiche sagte, aber mit einem Bad. Und das schätzt mir die Pharmakovilanz nicht. Der Patient, in Anführungszeichen, ist eigentlich ein ärztlicher Kollege, mit dem ich da gesprochen hatte, ist 67 geboren, leitet die Intensivstation in einem großen Krankenhaus und ein bisschen plakativ, hat viel Arbeit und wenig Geld. Und wer das schon mal gekannt hat oder so, weiß, wohin das auf jeden Fall führen kann, in ein Burnout. Und genau so kam es kurz vor seinem 40. Geburtstag, hatte der Kollege gesagt, nee, sowas mache ich nicht mehr, ich schließe die Intensivstation, ich arbeite nicht mehr 24-7 ohne davon was zu haben, ich muss irgendwas anderes machen. Bei dem Irgendwas ist er an Pharmakovilanz hängen geblieben. Da dachte ich, hm, das ist eigentlich eine Sache, die jeder braucht, die immer gebraucht wird, die womöglich immer komplexer und schwieriger wird. Also hatte er sich auf Pharmakovilanz spezialisiert als ärztlicher Kollege. So, ein schönes Nizza, vielleicht ahnen Sie, was jetzt kommt. Ich habe den Kollegen 2014 kennengelernt und 2014 offenbarte er mir, dass er mittlerweile in einer Villa in Nizza oder bei Nizza lebt. Er arbeitet also seit ein paar Jahren im Homeoffice, ist super gut im Geschäft und damit wären wir auch am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, wenn ja, gerne einen Daumen nach oben machen. Hier ist die Kirschleisch-OOF ос strazentare. Hier ist die Kirschleisch-Hох vaya das Leben. Wir sehen,ft photoshop im Helden. Vielen Dank.